Und bis dahin. Ciao, ciao. Oh, Leute. Perfektion. Perfektionisten. Ich verstehe diese Leute nicht, ja? Perfektionisten. Guten Morgen, ihr Lieben. Absoluter Wahnsinn. Gestern Abend noch ein Notruf reingekommen für ein iMac. Das ist jetzt dieser hier. Verschlüsselte Festplatte. Abgestürzt. Festplatte lässt sich nicht mehr mounten. Agenturrechner. Es gibt ein Backup. Das ist sehr, sehr alt. Was soll ich sagen? Jetzt versuche ich, die Daten erinnernderweise wieder herzustellen. Ich habe jetzt schon den nächsten Termin hier um die Ecke. Im Moment läuft quasi die Recovery Session. Und ich hoffe, dass ich die Daten wieder herstellen kann. Das werden wir später sehen. Schon wieder total under pressure seit neun Uhr heute Morgen. Wir müssen los. Guten Morgen, hier ist Joel. Ich wollte dich fragen, ob wir unseren Termin heute verlegen können. Auf Freitag. Ja. Oder ist es bei dir super wichtig? Okay, perfekt. Danke dir. Dann, äh, Freitag. Kannst du dir einen Termin aussuchen? Schick mir einfach eine SMS, wann. Super. Danke dir. Bis dann. Ja, tschüss. Ich habe mir das doch schon angeguckt. Also, ich fand es damals schon perfekt. Also, von mir aus hättest du es schon damals veröffentlichen können. Weißt du, sorry, dass du es jetzt abkriegst, aber jeder, mit dem ich irgendwie zu tun habe, der irgendwas machen will, der quatscht mich voll, warum er das noch nicht veröffentlichen will oder warum er, warum es noch nicht perfekt ist und warum er noch so kurz davor ist, es zu veröffentlichen, aber es immer noch nicht macht. Das ist für mich kompletter Schwachsinn. Perfektion ist Gift. Das ist eine Entschuldigung, dass man es einfach nicht veröffentlichen muss. Es gibt, nee, es gibt, nee, warte mal. Es gibt zwei Leute, ne? Die einen, das sind die, die sagen, ja, ich kann es nicht, weil ich hatte nicht die richtigen Eltern, ich bin nicht in der richtigen Umgebung aufgewachsen, ich habe nicht die richtigen Leute getroffen. Und dann gibt es die anderen, die Perfektionisten, die die ganze Zeit sagen, ich bin Perfektionist, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Du machst es nicht richtig, du machst überhaupt nichts. Theoretisch machst du es ja immer. Theoretisch hast du die tollsten Pläne und es ist superperfekt, aber praktisch machst du gar nichts. Alles, was du machst, ist subjektiv. Das Video, was du rausbringen willst und nicht rausbringst, das, keine Ahnung, das Bild, was du gestaltet hast, das Logo, was du gestaltet hast, das, was auch immer es ist. Weißt du, was nicht subjektiv ist? Nicht subjektiv ist ein Video jeden Tag, Montag bis Freitag um 14 Uhr hochzuladen. Das ist nicht subjektiv. Subjektiv wäre schon wieder, lade ich das Video schon um 13 Uhr hoch oder erst um 14 Uhr? Da muss man sich entscheiden. Aber der Fakt, dass es um 14 Uhr veröffentlicht wird, das ist nicht subjektiv. Alles andere ist subjektiv. Ja, nein, aber deswegen verstehe ich auch nicht, warum du mich 50 Mal deswegen anrufst. Also für mich ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum du dafür so lange brauchst. Ich glaube, du hast für irgendwas Angst und dich dann dahinter zu verstecken, dass du Perfektionist bist, finde ich einfach extrem schwach. Ein paar Leute werden dir das sicherlich abnehmen, aber alle anderen durchschauen das und sehen einfach, ja, ist gut. Ja, dann ruf mich jetzt aber nicht mehr an. Also du kannst mich anrufen, aber nicht deswegen. Veröffentlich ist es einfach, okay? Und bis dahin. Ciao, ciao. Oh, Leute, Perfektion, Perfektionisten, ich verstehe diese Leute nicht, ja, die immer wieder sagen, ich bin ein Künstler und ich muss erst richtig inspiriert sein im richtigen Moment, um es rauszubringen, um es zu machen, um, ähm, also, der Moment ist jetzt noch nicht richtig, das kommt noch, aber jetzt in diesem Moment, ich kann es echt nicht mehr hören, ja. Die rufen mich dann 50 mal an und fragen, ist es jetzt perfekt, soll ich es jetzt veröffentlichen, soll ich es nicht, was hältst du denn davon? Boah, und ich denke mir so, hau es einfach raus. Und das ist für mich immer extrem schwer zu ertragen, weil ich da sehe, dass jemand versucht, sich hinter so einem Künstler-Perfektionisten-Ding zu verstecken und es nicht einfach rauszuballern, weil derjenige einfach Angst hat und das hinter so einer perfektionistischen Schale versteckt. Drei Leute werden ihm das abkaufen oder ihr und der Rest wird es einfach durchschauen, dass dieses Perfektionisten-Ding einfach einen nicht weiterbringt. Also theoretisch vielleicht in einer Wunschwelt, in einer Wunderwelt, aber praktisch hier auf dem Tisch fertig ist nichts beim Perfektionisten. Ich weiß nicht, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch solche Leute kennt, die so Perfektionisten sind, die sagen, wenn, dann mache ich es nur und dann muss es perfekt sein, aber sie machen es eigentlich nie. Und das ist der große Unterschied zwischen Leuten, die was tun und Perfektionisten oder Leuten, die andere, Entschuldigung. Ich kann einfach diese Entschuldigung nicht hören. Ich habe nicht die richtige Kamera. Mir fehlt noch ein Banner. Der kann das, ich kann es nicht. Ich muss noch ein halbes Jahr üben. Ich muss das nochmal durchdenken. Ich muss nochmal gedanklich durchgehen. Ich habe es noch nicht ganz durchdrungen. Ich muss nochmal wirklich Ruhe haben. Dann kommt mir bestimmt eine richtig gute Idee. No. Es ist mal wieder so, sage ich mal, ich sage es immer wieder. Dass man nur eine Verschlüsselung der Daten machen soll, wenn man ein wirkliches Backup hat. Ich habe jetzt durch einen kleinen Trick, bin ich an die Daten rangekommen und kann diese jetzt zum Teil wiederherstellen, so wie es aussieht. Gestern Abend habe ich den Anruf von dem Kunden gekriegt und ich habe jetzt inzwischen, weil das, sage ich mal, ein bisschen überhand nimmt, dass sehr, sehr viele Anfragen kommen. Und die kommen egal wann. Ich werde in meiner Freizeit am Wochenende angerufen. Das, sage ich mal, nimmt ein Ausmaß, wo man wieder ein bisschen Grenzen setzen muss. Deswegen habe ich jetzt einen neuen Dienst eingeführt auf der Webseite bei mir, das heißt Joker24. Das heißt, wenn mich jemand außerhalb meiner Geschäftszeiten buchen möchte, also abends, nachts oder am Wochenende, dann kostet das entsprechend mehr, weil ich mich einfach da schützen muss. Jeder von euch weiß, wie viel ich arbeite und, sage ich mal, wie viel ich wirklich mache. Und das geht weit, meistens über den normalen Service hinaus. Und ich muss jetzt wieder ein bisschen gucken, dass ich auch Zeit habe, wirklich mich zu erholen, beziehungsweise einfach auch mal Ruhe zu haben abends. Natürlich, wenn es so ist, dann helfe ich auch gerne. Wenn es eine Kleinigkeit ist, helfe ich abends auch gerne. Aber es gibt einfach da auch wieder, sage ich mal, Grenzen, weil sonst sind die Anfragen einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht durch. Und das geht über iMessage, WhatsApp. Viele von euch haben ja auch immer wieder Fragen. Ich versuche das auch immer wieder zu beantworten, so gut es geht, weil ich auch viel Gratis-Content zur Verfügung stelle über YouTube. Aber auch da sind wieder Grenzen gesetzt. Ich versuche das auch immer wieder zu beantworten. So, kleiner Escape aus dem Büro. Ich treffe mich jetzt mit einem Freund. Der war schon mal da, da habe ich auch noch englische Vlogs gemacht. Vielleicht erkennt ihr ihn wieder. Wir wollen ein kleines Projekt zusammen besprechen und gucken, ob wir das vielleicht irgendwie noch in diesem Jahr hinkriegen. Ich weiß noch nicht, ob ich euch irgendwas erzählen kann. Schau mal. Wo ist der, Alter? Brauche ich ihn gar nicht mehr anrufen. Na? Du siehst ja immer wilder aus, Mensch. Erstmal die Verträge unterschreiben. Hast du vertragen, Mensch? Ja, ich glaube, du hast die Verträge mit. Was für Verträge. Du machst doch auch gerne mal was umsonst, oder nicht? Das Bild, das Recht am Bild? Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Nee, das ist schon zu bekannt. Das ist nicht mehr. Nee. woche geht es los jetzt sobald schon ja was dann gespannt ob das projekt hinhaut ich weiß noch nicht was losgeht aber es wird auf jeden fall mit mehreren youtuber sein und wissen aber leider noch nicht wann und wie sobald es irgendwie an start geht werde ich euch da auf dem laufenden halten dann wollen wir sehen ob es klappt